Das Play of the Day wird präsentiert von Liebekens, keine Liga. Alle Highlights aus 60 Jahren Trierer Basketball auf einer DVD. www.basketballdvd.de Und wir blicken auf die starke Defensivleistung von Joey van Seeren. Der Center der Römerstrom Gladiators packte richtig zu, wusste natürlich auch angesichts des Ausfalls von zwei Big Men, dass er der defensive Anker für die Mannschaft sein musste. Und das löste er spektakulär mit insgesamt unglaublichen fünf spektakulären Blocks. Joey van Seeren, der beste Mann in der Defensive der Römerstrom Gladiators. In der Offensive überragend Kevin Smith mit persönlicher Bestleistung von insgesamt 27 Punkten. Die Römerstrom Gladiators somit einen tollen Auftakt ins Basketballjahr 2017. Ein 78 zu 64 Heimsieg vor der Rekordkulisse von über 2.100 Zuschauern und einem ganz starken Shotblocker. Not in my house, Joey van Seeren. Alle Highlights wie immer im Game Report.